Sieht aus, als hätte ich eine Beule oben drauf, das ist... Gett dran. Bitte, was? Security Guard. Okay, ich mache meine Task. Was macht der Security Guard? Was ist meine Rolle jetzt hier? Ah, okay, da kann ich... Ach, so, verstehe. Da kann ich die Kamera hinterlassen. Alle 30 Punkten, 5 Mal. Ja, jetzt nicht mehr. Es ist... Okay. Gleich gekillt. Aber eine Kamera habe ich schon... Dings gelassen. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Für drei Leute sind es im Poster. Alter, verweilter. Ich habe Zwerge gefunden am Müll-Inno2. Also der muss direkt durchlaufen sein und die Mülltask gemacht haben. Vom Tempo her. Okay, also ich kann Liz rausnehmen, weil der ist mit mir in Labs. Ja, ich kann lieber ausnehmen, der hat sich gerade gescannt. Genau. Kann Alex rausnehmen. Zeitkick, was auch immer das ist. Ich habe gerade Lights gefixt. Und Standard-Imposter. Aber, 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 wir haben zwei Imposter und 100%igen Jekyll. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass die jetzt zu dritt alle gleichzeitig gekillt haben, weiß ich nicht. Und alle einen Crew-Mate getroffen haben? Exakt genau. Scheint das Doppel-Post-Label war. Also ich kann mich nicht vorstellen, dass er tatsächlich nochmal ein Lover-Päckchen dabei ist, ehrlich gesagt. Ist ja paradig, weil es kann man das auch sein. Also es kann auch sein, dass es ein Jekyll-Kill ist, ganz klar. Aber, dann müsste jeder auf Cooldown gekillt haben. Ja. Also, fast auf Cooldown. Ich glaube, du brauchst von da oben, wenn du die beiden Tasks mitmachst, brauchst du 20, 25 Sekunden bis runter zum Müll. Ich weiß auch gar nicht, hat Jekyll auch diese... Er hat den selben Cooldown, ne? Ja. Sehst du doch. Okay. Ja, hat er. Du bist doch selber. Oh. Die Frage. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, wo Thoram war. Julio hat sich gescannt, wo ich bin. Wo ist der Rest? Weapons. Red war Weapons. Red ist Weapons. Hat jemand eine Leiche gefunden? In der Leck hat er die Leichen gefunden. Wo waren die Leichen? Sorry, ich hab die jetzt. Ich hab Zwergig gefunden am Müll in O2. Okay, hast du nur Zwerge gesehen? Ja. Ich hab nur Zwerge gesehen, weil das Licht gerade erst angegangen ist, kurz bevor ich reportet hab. Das Baby hat mich zum Genie gefehlt. Ich hab Licht angemacht. Das Licht müsste ja jetzt auch an sein. Ja, ja, ja. Das Licht ist ausgegangen. Alex, wo bist du denn? Dann hab ich wohl die falschen Knöpfe gedrückt. Nee, guck mal, das Licht ist tot. Ist ausgegangen. Stimmt. Ja, weil das Licht war nicht mal klar. Oh, Alex, sehr, sehr schlau. Allein Dank für den Roten. Ich hab schon gesehen. Ich hab schon gesehen. Ich wollte mich selbst zu denen. Ich muss mal gleich in die Kameras gucken, ob meine Kamera dort gesetzt wurde. Bleib die auch nicht tot bin oder würde ich dann wieder entfernt. Wenn ich wenigstens eine Kamera gut platziert. Ich mach gleich meine Tasks. Ich wollte sie mal in die Kameras gucken. Am besten ist die natürlich, wenn... Ah, hier ist meine Security Cam. Am besten ist die natürlich, wenn die in den ganzen Setzt. Da ist sie auch nicht ganz verkehrt gesetzt. Natürlich bin ich ein bisschen weit draußen ja noch besser. Aber hier, hier zum Beispiel hier. Hier, da ist es halt keine Glauben. Da ist es gut. Hier im Specimen. Specimen lies der Raum. Da kannst du gut eine Keim reinsetzen. Ist jetzt nicht mehr, weil ich tot bin. Aber fürs nächste Mal. Security Cam ist auch eine gute Rolle. Finde ich nicht schlecht. Wenn man nicht gekillt wird, wenn man sofort gekillt wird, ist das natürlich blöd, aber... Da ist auf einmalig ist. Schon lange sind dort die Buchstaben weg. Oha. Alle sterben. Ich bin so verwirrt. Oh. Also, John kam mir gerade entgegen und ich kann den Film sagen, ja, da lag nur eine Leichen vorhin und die anderen zwei Leichen vorhin lagen unterm Dropchip. Okay. Und Plutch liegt jetzt dort. Aktuelle Leichen liegt jetzt vorhin lagen. Gut. Und da kam mir Liz entgegen und ich glaube eine kleine... und eine kleine John. Also, weil... Ja, weil... Weil ich nämlich gerade an Camps bin. Weil bei John bin ich mir nicht ganz sicher, weil wir sind gerade oben auf Upper Decon raus und es sah so aus, als ob John Richtung Wenz laufen will und mich gesehen hat und dann zurückgekommen ist. Okay. Ne, ich bin hängen geblieben, weil ich die Karte nebenbei anhatte und ich hab einfach extrem den fette Finger und bin gegen die Wand gelaufen. Ich kann halt nur sagen, was ich gesehen habe. Andi habe ich zuletzt mit John zusammen und meiner Wenigkeit im Specimen gesehen. Okay. Und Red, du sagst, du hast mich gesehen? Du bist mein Gingelkamp und John kam mir an. Hä? Ne, aber dann ist es höchstwahrscheinlich ein Morphling, weil die Geschichten greifen an Camps gerade. Du bist halt danach in Storage gelaufen. Ich wollte dich zurückstellen. Nein. Ja, du bist echt bei mir gegen von Storage gelaufen. Okay, also ganz klar, die ersten drei Kills, da waren Julia und Thoram rechts. Mhm. Ja. Richtig. Also Julia habe ich nicht gesehen, ich habe nur Liss gesehen, aber Licht war ja auch... Exakt, genau. Also die, deswegen ist es jetzt komisch, dass ich jetzt in der Nähe von einem Kill bin, wo mich dann scheinbar zwei Leute gesehen haben. Das heißt, das wird höchstwahrscheinlich ein Morphling sein, der versucht es auf mich zu schieben und einfach nur verplant hat, dass ich bei einem ersten Kill, wo drei Leute umkriegen habe. Ja, aber der hat direkt vor mir gekillt. Ja, also das klingt eher plump. Deswegen, Red, ich glaube die 100% dass du mich gesehen hast, aber dann hast du dich auch noch mal gesehen. Das heißt, wer ist denn mit wem denn noch zusammen? Oh, Mann. Das war weird. Achso, übrigens. Wer hat denn rechts eigentlich Seismic gefixt? Achso, Philipp, du hast das Licht repariert. Warum hast du die Leiche vor Electrical nicht geportet? Weil ich sie nicht gesehen habe. Weil da lag eine Leiche letzte Runde. Das kann ja sein, aber ich habe es ja trotzdem nicht gesehen. Wer hat denn aber rechts Seismic gemacht eben gerade? Ich habe es links gemacht. Ich habe rechts Seismic. Ich habe rechts Seismic. Okay. So, dann machen wir mal Tasks zu Ende. Okay. So. Spezimen hatte ich nur eine. Da wurde ich unterbrochen, glaube ich. Verdammt. So. Sehr schön. So. Das war das Nordicatum mit Communications und dann R2. Und dann müsste ich noch mal zurückkehren. Wenn nicht bis dahin alle tot sind. Fuck. So. Ich glaube, Anja und Plutch waren die letzte Runde gestorben sind. Die lagen beide da in der Nähe. Es war ein Doppelkill wahrscheinlich. Bei dem was? Bei was? Beim rechten Dings, wo ich geportet habe. Okay. Na ja. Zwei Leichen. Ich sehe die ganze Zeit die Geister. Okay. Und Can hat ja, hat ja, stand da ja scheinbar auch. Weil du ja gesagt hast, du hast Milch. Da können wir sehen. Ja. Du hast direkt vor mir getötet, dann bin ich dir hinterher gelaufen. Da lag aber nur eine Leiche. Und ich jetzt gerade sagen muss. Can hat jetzt gerade am linken Reaktor anscheinend mit Liz gedrückt. Liz geht weg. Can geht weg. Geht wieder hin, als ich zurück komme. Also das sah gerade komisch aus. Oder er hat nur... Ich bin sofort umgedreht, weil ich gesehen habe, Jeanne ist links oben. Ja und ich hatte nur gesehen, dass jemand kommt und ich wollte nicht, dass er mich umbringt. Aber dann habe ich gesehen, dass er wieder weggelaufen ist und dann war ich verwirrt und dann bin ich wieder zurückgegangen. Okay, also Red hat rechts gefixt. Das weiß ich. Das klingt weird. Dahinter stand Phil. Naja, ich zass dich noch von letzter Runde. Ich stehe da alleine, du kommst dahin. Dann habe ich natürlich Angst, dass du mich umbringst. Ich versuch noch irgendwo runter zu laufen und umgeben. Aber dann bist du halt weggelaufen. Jetzt muss ich aber ja drücken und dann bin ich zurückgelaufen. Also wie gesagt, jetzt definitiv letzte Runde war ich nicht in deiner Nähe. Also ich finde euch beides das, ganz ehrlich gesagt. Ja, ich finde auch irgendwie beides das. Sowohl das als auch Jan. Das einzige, was ich nicht verstehe, ist von letzter Runde. Jan, scheinbar, sie hatte gesagt, sie hätte mich gesehen, wie ich einen Kill gemacht habe. Ja. So, aber Red macht den Report. Das heißt, Jan hat gar nicht erst reportet. Nein, weil ich habe ja gesehen, du bringst vor allem einen um und läufst weg. Wenn wir einen Morphing dabei haben, laufe ich dir ja hinterher, um zu gucken, in was du dich verwandelst. Oder ich sehe, dass du einfach nur so wegläufst. Weil, weil für mich klingt es eigentlich tatsächlich dann eher, dass du, dass du dann wahrscheinlich versucht hast, mit deinem Imposter-Typen einfach zu fliehen und Red ist dann reingelaufen. Das heißt, wahrscheinlich wird es ab dir... Dann hätte ich ja Red umbringen können. Ja, wahrscheinlich nicht, weil wenn da ein Kill passiert ist, dass du ein Kill machst, dass du ein Kill machst, dass du ein Kill machst, dass du ein Kill machst. Keine Ahnung. Aber wenn, wenn Red reportet und nicht du reportest, das wundert mich gerade. Und wenn jetzt Julia sagt, dass du einen komischen Buch machst... Nein. Wen boten wir? Ich wurde jetzt Jan tatsächlich. Das ist eine gute Idee. Für Jan ihren, 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 ihren Spielart. Oha. Ja. Und Diff ist raus. Warum sie nicht, warum sie nicht reportet, wenn sie... Weil, weil, ja die Chance besteht, dass du ein Morphling bist, dann gucke ich doch nach, ob du dich verwandelst. Weil die Child ist da gewesen. Okay, warte geht's. Ich hatte da drüben noch ein paar Tasks. Ist die jetzt fertig? Ist sie. Sehr schön. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Alles klar. Auf was hab ich jetzt noch eine neue Tasks gekriegt? Ist ja schon hier noch die Tasks zu Ende. Download. Muten alle. Da war wer ja nicht gemutet. Da war wer ja nicht gemutet. Julia? Julia? Kannst du das... Also... Oh. Das ist ja klar. Julia, komm ich entgegen. Dieses Lachen war gerade zu... Eindeutig. Du kannst jemandem entgegen und ich hab... Ich hab... Ich hab nichts gemacht. Ich hab... Ich hab... Nein. Ich habe Alex nicht getötet. Ich habe Alex nicht getötet. Echt. Also ich glaub's dir nicht. Ich bekam es mir auch grad entgegen, als ich Alex... Wie soll ich denn jetzt irgendwas gemacht haben, wenn ich bei keinem einzigen Kill irgendwo in der Nähe war? Ah, okay. Sidekick. So was bist du rund. Ich find's witzig, dass die ganzen Geister in dieser ganzen Region dastehen. Tja. Wer votet denn jetzt mich? Das ist halt einfach... Wahrscheinlich Julia. Ja. Ein Schikal. Ich hab überhaupt nichts gegen sie gesagt und sie votet mich? Ist ja interessant. Oh, okay... Will leben noch. Will leben noch. Dann muss man jetzt schließen, ja. Da der Motto-Macher ein bisschen was falsch gemacht. Jetzt kriege ich jetzt die No-Note vielleicht noch an, ne, dann habe ich Element-Tasks. Fällig. Ne, Communications habe ich noch eine. Unblocked. Ob das was wird? Natürlich nicht. Ich habe gedacht, du hast ihn beim Licht in einen umgebracht. Ich habe den Kill ja auch gemacht, aber es war ein Loverkill in dem Fall. Ich habe gar keinen Kill gemacht am Anfang. Ich habe einen Loverkill. Ich habe einen Loverkill. Ich habe einen Loverkill.